Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Neck 2 natürlich, nicht 1, 2. Wir sind hier jetzt durch das Tor gegangen zur Stadt der Hochkoboldstadt Tagurn, oder wie heißt es? Eine Stadt! Und irgendwo da drin hat Jurik die uralten Waffen erschaffen. Das könnte eine Weile dauern. Lassen wir hier wieder die Steuerung klar kriegen. Ah, spinnst du! Ich glaube es hackt. Ne, da muss ich nicht hin. Da muss ich echt nicht hin. Ich hoffe euch hat... Nochmal. Ich hoffe es hat euch bisher Spaß gemacht. Wenn ja, lasst doch mal ein Like da. Oder ein Kommentar. Oder abonniert uns gleich. Kostlos natürlich. Solange noch Artikel 13 noch nicht... ...da ist. Ja. Er wurde ja leider beschlossen. Ja. Kann man nichts gegen machen. Die springen einfach runter. Brechen sich nichts. Geil. Arsch. Das ist nicht normal. Mach's kaputt. Freunde. Ja, er geht einfach dran vorbei. Wenn ich dran vorbeigehe, geht's in die Luft. Ja, er geht aus dem Weg. Scheiße. Durch jemand gehämmert. Ich hab mal wieder einen Fähigkeitspunkt. Die große Pyramide wird vielversprechend. Dann schau. Da darf ich gleich hin. Weil ihr es mal wieder nicht packt. Wow. Okay. Okay, jetzt. Scheiße. Scheiße. Au! Ist das kaputt? War das voll in die Mühle? Wir müssen hier so viel Zeit brauchen. Brauch ich das gleich? Alles? Wirklich viel. Kommt schon. Keine Angst. Macht es zur Freude auch mal eine Vase kaputt. Kann die Kamera auch mal bitte ranfahren? Ist das hier ein Rätsel oder was? Ein Unterfall? Okay. Oh, ich dachte schon. Gleich sind sie da. Pass auf. Pass auf. Da sind sie. Ne? Ist nur das Gleiche. Glaubt ihr, da unten ist jemand? Es ist 200 Jahre her. Wenn jemand da unten ist, dann hoffentlich auf unserer Seite. Das glaubt es auch nur du. Was ist das für ein Ort? Tiefer Speicher. Sieht aus wie eine Art Lagerhaus. Nicht ganz das, wonach wir suchen. Aber wir gucken trotzdem mal kurz, was das hier ist. Eine Angriffskraft. Ja, ich glaub, das mach ich mal. Wer weiß, was jetzt für Gegner kommt, ne? Kann ja nie wissen. Muss ich hier draufstehen? Ne. Muss ich hier draufstehen? Ne. Irgendwas muss ich drauf machen. Er geht einfach weg. Was ist das jetzt für Dinger? Ob ich Strom habe, oder was? Haltet beim Bewegen R1 gedrückt, um dort, wo Eisen Neck entlang geht. Geil. Noch mehr Rätsel. Geil. Hochkobolde denn aus? Tja, es heißt, sie hätten Markierungen im Gesicht gehabt. Hm. Vielleicht finden wir ja eine Mumie oder so. Hm. Na, vielleicht... Ah, okay. Sag mal rum. Jetzt bin ich Metal Neck. Du hast es geschafft. Der Strom ist wieder an. Danke, Neck. Was für ein Atomkraftwerk. Ja, und der ist auch an. Geil. Vorsicht! ich bin viel schneller als vorher Roboter sind so sind sie damals wahrscheinlich tatsächlich gewesen die sind in 200 Jahren nicht gerastet mit Daumen was tun danke das ist die beste Angriff Taktik die 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 meine So glänzend wie am ersten Tag. Achso. Der da nicht geht, aber ich schaffe, ne? Okay. Oh, das ist weg, kaputt. Wundong? Ich schätze, diese Roboter wurden hier alle für den Krieg gehortet. Wird die hier in der Nähe gebaut worden? Ich schätze, diese Roboter wurden hier in der Nähe gebaut. Okay, also doch so einfach, wie es aussieht. Was ihr? Ah, man. Ich schätze, diese Roboter wurden hier in der Nähe gebaut. Hey, Onkel. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch den Namen Targu. Er bedeutet großer Fluss in der Sprache der Hochkuhwolde. Ryder. Ich bin beeindruckt. Okay. Gerade machen wir hier. Nimm mich hier drauf. So. Gucken, ob das klappt. Kann ich hier wieder groß machen? Haha. Ah, nochmal. Oh, jetzt. Scheiße. Alter. Bist du des Fahnes? Das schaff ich nicht. Jetzt vorbei. Jetzt vorbei. Spruch mit Dall. Spruch mit Dall. Spruch mit Dall. Geht los. Scary. So. Ich bin lebt. Mögens! Um, das geht nicht. Es hat sich Cars, für Dall. Im Liefer Empower. Was ich so besser? Das geht nicht. Ich habe damit, was ich nicht machst. Ich habe immer die Saare neces. Da kann ich einfach raus. Ich habe es immer mehr andere. Das ist nur ein. Das ist nur ein jetzt. Was war's? Ich komm noch gar nicht mehr zurück. Groß! Ach du's doch! Jetzt wieder Glasneck oder was? Hier aus dem ersten Teil. Da kommen wir wohl nicht lang. Wir könnten es versuchen. Aber wir müssen etwas gegen die Laserstrahlen unternehmen. Wo ist der denn hin? Das erfahren wir früh genug. Oh scheiße. Glas. Können wir ja noch aus dem ersten Teil. Unsichtbar werden. Wenn wir klein sind. Tarnneck ist zurück. Yeah. Super. Wie ihr da seht. Wie es funktioniert. Genauso. Tarnneck ist zurück. Bläh. Bläh. Hm. Da. 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 Alter, klasse. Alter. Halt die Fresse, Alter. Halt die... Baa! Trolli-Fahrer. Boah! Spitzelweiten, oh. Watz. Baa! Scheiße. Baa! Fresse. Alter, jetzt lass mich doch mal. Witzbold. Bist kein Kobold, ein Witzbold bist du. Wo wird das gemacht? Der da. Das sind doch nur Laserpointer, die doch durch. Super. Klarer Kristall. Sieht klasse aus, aber was kann er tun? Dann zeig's ihm mal, Neck. Gut, dass ich das grad nicht spielen muss. Find ich klasse. Ein imaginärer Applaus. Unglaublich. Siehst du, da kommt er doch schon. Vielen Dank auch. Das gefällt mir schon besser. Das hat was von verrücktem Wissenschaftler. Ja, und ist auch gut verteidigt. Schau nach oben, Neck. Da ist deine Schwachstelle. Wir gehen erstmal links. Wir haben es gefunden. Jurex Labor. Jurex Geheimes. Hörst du was. Alter. Hörst du was. celebrate. Hungary. Spiel3 deeplyAdämp chairs. denk. Schau nach unten. War. Schwachstelle Auch. … Schau nach unten. Schau nach unten. Wir müssen durch diese Energiebarriere. C'mon! Conn-Bike für Arme! Cuts! Ja. Das sind die Rätsel auch ein bisschen einfacher. Ich hätte auch mal ein bisschen Angriff starten. Meine Fresse hier! Ja. 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 Ich muss hier durch. Ah, die Tür. Wie blöd. Ich brauche manchmal ein paar Minen. Verlegte Kristalle. Ach, scheiße. War ich jetzt selber schon. Alter, Spinnzu. Ah, wartet. Ich bin tot. Tot. Nicht tot. T-O-A-D. Tot. Mann, immer da bin ich da in Springer, Alter. Lass mich in Ruhe. Kanal-Roboter, Alter. Nicht weg. Blablablabla. Blablablabla. Blablabla. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Okay.